Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Slither.io Video. Ich mache heute mal so ein kleines Waze, wer größer wird. Da seht ihr schon meinen Highscore da so. Und also ich gegen den lieben Tom Korfter. Hallo hier. Und es gibt jetzt, seit dem neuen Update gibt es ja hier Skins. Ja, ich will mir einfach mal den Schatten holen hier. Ne, ich bin da dran, also will ich hier aus. Ich will den. Da nennen wir uns mal noch schnell. Mirodon, aber. Komm, wie viel Meid am Paul. Don. Mirodon. Mirodon. Warte, nein, 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 Mann, das ist so. Mirodon. Okay. Ich muss jetzt mal noch da. Tom. Don, wir sind hier ein Team. Okay. Okay, also du fängst, also der Tom Korfter fängt jetzt mal an. Ui, wir sehen ja auch cool aus. Nein, finde ich nicht. Ui, der große, guck mal, da musst du rein. Sofort. Und. Oh. Lack. 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 Alles nur Lacking. Anfänger, Glück. Nein, ich spiel's auch. Los, ich nehm's nicht auf. Du bist so ein Lug. Ne, er ist der Gult. Du bist der größte Lug. Du musst jetzt nur versuchen, den Kopf zu töten. Ich schaffe es nicht. Ich töte mich. Okay. 734. Ja, die ist zwar kurz. Merken wir uns, würde ich sagen. Und jetzt kommt hier der Master of Disaster an Spiel. Und los. 734 müssen wir überbieten. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Komm, wir machen uns an den großen Wurm hier ran. Okay, auch nicht. Groß. Groß, wie schon gesagt worden. Komm, lass uns reinfahren. Wie der Tonkopf da. Wie lustig. Ja, du hörst dich begeistert an. Das ist eigentlich schon ein kleines spontanen Video. Also nicht wirklich geplant. Wir warten hier eigentlich gerade nur. Genau. Der war gleich auch schon in irgendeinem Video erwähnt. Vielleicht könnt ihr euch demnächst mal auf so'n kleinen Vlog freuen. Schon ein bisschen, wo Panorama zu sehen ist. Denn ich habe so'n Video-Teil da bekommen, wo man Luftaufnahmen mitmachen kann. Ich weiß keine Kopter. Aber bitte nicht in den Kommentaren bleiben, es ist kein Quattro-Kopter. Was? Ja. Ja, schau mal. Ja, ja, klar. Ja, weil es gibt auch Quattro-Kopter. Ja, ja, aber. Ja, ja, ich habe ja auch nie gesagt, dass ich so'n spontanen Vlog, also so'n bisschen nicht so Hightech und Spontan-Medio. Ich meine, ey, gerade hatte ich so'n Lack, da habe ich gleich am Anfang so'n großen, fast komplett aufversetzen können und jetzt so. Warte mal, bis der T-Shirt. Aber guck mal, ich habe bisher immer noch ein Herzdruck. Ja, ja, dauert auch gerade noch ein bisschen bei sich. Das zählt aber jetzt nicht. Jetzt. Das zählt jetzt aber nicht. Das zählt. Das ist ja wohl ungefähr. Ja, dann mach nochmal. Okay. Nochmal. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich werde jetzt hier gleich, wenn ich die 734 überhabe. Und schreib mal bei ihm in die Kommentare, ob ich bei meinem Konta-Konta-Kanal auf dem Slither-IO-Video mache. Nein, sondern nicht. Okay, mach ich nicht. Aber schreib ich trotzdem in die Kommentare. Hast du das gesehen? Das ist so'n potentiac. Auf dem Namen, okay. Jetzt ist wieder der Tumi dran. Okay, jetzt nehmen wir nächste Runde einen anderen Scan. Der sieht auch aus. Ach, den Mikro. Was ist das eigentlich für eine dumme Idee von uns gewesen? Wenn du mit dem Sprint ist, verlierst du die Sachen. Ach, du scheiße, das ist der riesig. Das ist der erste. Pass auf den Kopf. Pass auf den Kopf. Wenn du die Töte bist, bist du schon ganz vorne. Als erstes ist der Summa. Summa Dandy. Ach, stell mal vor, wenn der jetzt stirbt. Das wäre schön. Wie lange der sprintet? Ich wollte nicht sprinten. Ich meine, wie er? Ja, ich weiß. Aber gerade hab ich gesprimmt. Das wäre einfach schon mal ein grad schöner Heißkorb. Ja, ja. Hui. Wie groß der einfach ist. Hallo. Komm. Komm, geil. Alter. Ein bisschen mehr futtern. Obst. Ich wollte gar nicht sprinten. Du hast noch 18 Punkte. Ja. OMG. Feinkontakt. Feinkontakt. Wow. Du hast dich auch schon mal so begeistert. OMG. Ja. OMG. Den schaffen wir nicht. Doch, den Grinch hast du. Obwohl, nein. Aber den roten kannst du. Ja. Oder? Wenn jetzt nicht. Oh, hier ist wieder der Grinch. Ach, ich geh mal den Grinch runter. Könnt' sehen. Oh. Der fährt grad andersrum. Oh. Kalt. Wir sind hier schon am Ende. Weil, hier sind keine Punkte mehr. Ja stimmt, da unten ist so an der Mitte wieder. Ich weiß. Oh. Ich weiß. Alter wärst du jetzt gestorben. Wärst eh kein Verlust gewesen, weil du so wenig Punkte hast. Oh. Na, guck mal ob ihr jetzt inhalten bekommen. Null Aktion. Easy kill musst du jetzt haben. Aber guck mal ich hab hier. Was? Ich hab grad wieder gesprintt. Hm. Ich weiß. Ich weiß. Ich mach ich nicht. Entschuld' mich. Oh. Oh. Oh, oh. Entschuld' mich. Oh, guck mal, allein dadurch bist du jetzt schon ziemlich groß. Nein, nicht sprinten. Ich sprinten, auf keinen Fall. Das ist schon eine halbe Stunde. Bitte. Verreckt doch. Ja, erreckt mich. Komm, jetzt wreckt du ihn, aber. Du bist nicht der Schatten, wo... Du bist nicht der Schatten, du bist der... Der Dreck, wo... Wie hat den Chaos Floh genannt? Ja, Alter! Oh, OMG! Das war aber genauso wie bei mir. Aber bei mir hab ich nicht gefunden. Der Typ ist ja von hinten innen nicht reingegangen. Ja, trotzdem, ich hab den hier mit Skill gelegt. Nein, nicht Skill, der war eigentlich vor dir. Der war nur dumm. Du hast dasselbe gemacht wie ich. Ich geh immer so überwarten. Ich geh immer ganz kurz weg. Du kommentierst mir ein bisschen. Ja, ich fahr hier gerade. Und bei meinen Videos merkt ihr wahrscheinlich auch, ich kommentiere fast null. Deswegen sag ich euch ein YouTuber. Nee! Nee, die Non-Name-Youtuber, die sollten mal nicht so viel reden. Doch. Sonst ist es fast schon blöd. Das ist blöd. Sind wir irgendeinen Platz? Nee. Ich muss morgen mal Musik in den Hintergrund haben. Okay. Oh man, ich will doch gar nicht sprinten. Ich wär schon... Ich wär fast schon wieder dagegen. Was ist das denn? Die ist immer noch erst so. Meine Güte, der Deutsch von Wurm, ne? Das ist ein Deutsch von Wurm darstellen soll. Ja. Oder? Nee, ist falsch von Wurm. Ist irgendwo eine Anruflage, oder? Safey. Ach, ich lass den mal kurz fahren. Nee, jetzt ist schon fast. Komm jetzt zu dem. Komm schon jetzt. Easy Wind machst du jetzt. Nein, nein. Easy Wind. Nein, nein. Jetzt fällt ich schon so auf den Typen. Ach, das bin ich. Oh, bin ich nicht gut. Ich bin einfach gar nichts. Du machst gar nichts. Du bist... Oh, fuck. 3.508. Fuck. Okay, jetzt ist... 3.508 muss ich überwiegen. Wuch, Tomi Rudon. Ich nehm mir jetzt einfach mal den... Der sieht cool aus. Den nehm ich. Tomi Rudon. Wie schön in der Mitte. Auch wenn es so ziemlich Kamikaze ist. Wie viel hattest du? Ich hatte irgendwas für 300. Äh, 3000. Boah, gleich am Anfang hab ich hier schon Action. Weil ich ja da nicht rausgehe, sondern... Aber mein Kill war cool. Ich hab auch schon einen Kill. Ja. Scheiße, Alter. Ist mal so einfach. Schreibt mal in den Kommentar raus, ob es für das Spiel Hacks gibt. Nein, garantiert nicht. Was sollt man denn jetzt hier hacken? Aus dem... Speedhack. Oh, der Typ, der war gerade... Ich mach mal ein ganz schön Kürzchen. Gamehotech. 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 Ja, wir warten ja hier so kurz. Wie lange haben... Ich guck mal, wie spät es ist. Ich glaub, wir machen die Aufnahme so 10. Nur 2 Minuten. Die werden gucken, wie lange wird es weiter. Guck mal, der hat das Speedhack. Der hat das Speedhack. Mal wieder leuchtet. Aber das ist ein Pro-Gamer. Alter, guck mal, wie schnell... Wie gut der... Der hat... Der hat das einfach... Für mich hat das eher noch verwurrt. Ich lach. Vielleicht gibt's so Hacks, wo du, ähm... Kein Dings verlierst. Oh, Philipp, schleich ich weg, komm. Nee, geh nicht. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg, Nick. Ich bin da mal weg, Nick. Ganz sehr kurz übernehmen, was? Also, der... Der Tung... Der Tunginkraft ist wieder dran. Ja, ihr seht, ich kann das gut. Guck, wie er da elegant an diesen Punkten vorbeifährt. Oh, er kriegt den! Uh, easy. Da, guck mal, der große Punkt. Bringt der was? Ja, das ist von so einem großen, der gestorben ist. Das ist nur üblich gelassen worden. Wie viel bringt die nochmal? Na, uh, unterschiedlich wie groß der Typ war. ? Hab ich gerade gesprintet. Nein. Oh, guck, guck mal! Uh, 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 ooo, ooooo! Easy! Oh, easy! Trololololololol. Was bist du denn wie viel Lager eigentlich? Du machst nichts dafür! Null! War, war kein Lack! War noch przexy. noch kein Lack, die heißen das noch, der stirbt 2001, geht ja, was für ein Loop bist du, so Lack und dann sowas versauen, ich guck mir jetzt hier was cooles, ne ich will den Schnitzel, ich nehm, ach ne ich nehm lieber was männliches, hallo, ich bin Mr. Mäh, ich bin Mr. Oh, komm schon, komm schon, ich bin Lacker, ich bin kein Lacker, hatte ich nicht, oh mein Gott, easy, easy kill, easy kill, easy kill, das wäre cool, gäbe es dann so ein Chat und dann steht dann so, pum pum pum, was slain by Tom Mirodor, Alter, was ist denn das für ein Typie, ist doch der mich hier bedroht, was kriegt der das da, kriegt der so was der will, oh, aber noch hab ich dich nicht, noch hab ich dich nicht eingerollt, okay, aber es sieht gut aus, sieht gut aus, kann was werden, kann was werden, ja, wird was, wird was, glaube ich, ja, easy, easy, war nicht wirklich easy, oh, das wäre so cool, als wenn er Bugs hätte, und das, ja, guck das wieder zum Kugelscher, ne, die gehen einfach die ganze, ne, die gehen einfach die ganze Zeit, gar, das bist du tot, ne, guck mal den ersten an, www, smart, nein, 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 nicht von diesem Schleich, ich hab wirklich Angst auch schon gesehen, ich zeig das mal deinen Zuschauern, nein, Hallo, nicht hier mitten in der Action, ja, dann störe ich nach hinten, ganz oben rechts, auf, in gelb Nummer 1, seht ihr doch wohl, jo, nein, nicht antippen, dann fäll ich in die Richtung und sterbe wegen dir, ist aber wohl, klar, das ist ja normal, warte, lass doch einen Daumen O nach oben da, wenn ihr wieder mal so einen Zeitraffer, das ist ja, oh, das ist ja, oh, das ist ja, oh, das ist ja, oh, sehen wollt, hab doch kein Sprachfeder, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, ja, ja, ich, überhaupt nicht, ja, ich krieg da, das ist ja gar nichts, Mann, das ist ja viel eingefunden, ja, ich war mal wieder gelangt, ja, in die Mitte, ach, übrigens, dieser User, ein Teil, der mich aktiviert hat, der hatte nicht 12 Uhr genannt, der hat nur 100 Mal, ja, toll, du musst das jetzt mitten im Video erwähnen, ich schneide dich garantiert aus, raus, wie geht das, du bist so doof im Schneiden, schau dir mein Schneidevideo an, und schaut euch alle mein Schneidevideo an, Daumen hoch, das ist jetzt artig, das ist jetzt grad ein bisschen assig von dir, seh ich einfach, oh, scheiße, ist für mich egal, der schluckt gleich, oh, komm, stopp langsam, oh, ich sterbe, oh, geht doch, so sieht's geil aus, oh, wie ich das einfach nochmal mache, der ist gespalten, ja, trotzdem, das ist, das nennt mal Mobbing, jetzt mobbel ich den Typen da drin, oh, die Beine wäre ich natürlich gestorben, wo und rein? schau auf die Uhr, die Uhr ist hinter hier, ähm, ich würd sagen, gleich ist es zu beruten oder so, naja, ach, ne, 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 aber ich sag das jetzt der letzte Versuch, ich stürze mich jetzt hier richtig in den Fight rein, das war's mit der Folge, Bye, bye, und jetzt habt liebsungen, Bye, bye, tschüss, 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 Bye, tschüss, Bye, tschüss, Das war's mit der Folge, Bye, bye, tschüss, Bye, tschüss,